Wie du aus dieser bunten Druckvorlage, Stickgarn und zwei Holzstäbchen ganz einfach eine Cake-Topper-Wimpelkette basteln kannst, zeige ich dir in diesem Video. Die Druckvorlage gibt es in vielen verschiedenen Farben kostenlos unter www.schießmal.de. Zerschneide die Seite zuerst in Streifen und danach in Rauten. Falte die Rauten zu kleinen Wimpeln. Weiße Ränder einfach mit der Schere zurückschneiden. Lege jetzt die Holzstäbchen auf eine Bastelunterlage und die bunten Ecken in gewünschter Reihenfolge dazwischen. Schneide ein Stück Stickgarn zurecht, die Enden sind jeweils 10 cm länger als der Abstand zwischen den Stäbchen. Die Wimpel an den Garn kleben und danach den Garn an die Stäbchen binden. Die überstehenden Fäden kürzen und tadaa, fertig ist deine Cake-Topper-Wimpelkette. Ab in den Kuchen damit und eine wunderschöne Feier. Viel Spaß beim Nachmachen! 2. 4. 5.